Hier sehen Sie den SDS Maxx Abbruchhammer GSH-LVC Professional von Bosch. Er ist der Abbruchhammer mit dem besten Leistungsgewicht seiner Klasse. Sein 1700 Watt Motor erreicht 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg. Dadurch erreicht er eine durchschnittliche Abtragsleistung von über einer Tonne Beton pro Stunde. Haupt- und Seitenhandgriff des GSH-LVC Professional sind entkoppelt. Zusätzlich minimiert das vibrationsoptimierte Schlagwerk durch eine längere Luftfeder die Vibrationen genau dort, wo sie entstehen. Das bedeutet für Sie deutlich weniger Vibrationen und ermöglicht Ihnen eine erlaubte Einsatzdauer von mehr als drei Stunden pro Tag. Robuste Metallkomponenten, wie beispielsweise die bläue Stange aus Aluminium, sorgen für eine lange Lebensdauer. Seine längliche Bauform ist besonders für Arbeiten Richtung Boden geeignet. Das bedeutet für Sie, dass Sie in aufrechter Haltung arbeiten können und sich weniger bücken müssen. Überzeugen Sie sich selbst vom GSH-LVC Professional, dem stärksten 11 kg Abbruchhammer der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017